Die sogenannte Lösung für den Wahnsinn der Hyperinflation hieß Hjalmar Horace Greeley Schacht. Schacht war zwar Deutscher von Geburt, doch nicht seiner Herkunft nach. Sein engster Kreis bestand ausschließlich aus Finanziers in Wall Street und London. So gehörten John Foster Dulles, J.P. Morgan, Averill Harriman und der Kopf der Bank von England, Montague Norman, zu seinen Vertrauten und Verbündeten. Ganz in deren Sinne katalysierte Schacht die weitere Demontage Deutschlands als Nationalstaat. Als neuer Reichswährungskommissar und baldiger Präsident der Reichsbank führte Schacht eine neue Währung ein, deren Wert festgesetzt war, die Rentenmark. Zu einem Kurs von einer Billion zu eins tauschten die Bürger ihr gesamtes Geld für eine Handvoll von Rentenmark ein. Schachtspolitik machte zwar der Hyperinflation ein Ende, doch nur indem sie eine schwerwiegende Hyperdeflation erzwang, die für die weitere Zahlungssicherheit der Versailler Reparationen sorgen sollte. Anstatt die ungeheuren Schulden mit wertlosem Papier zu bedienen, wollte man nun einer ohnehin schon ausgehungerten Bevölkerung die Reparationen direkt aus dem Fleische schneiden. Im Namen des Haushaltsausgleichs sollten alle sogenannten nutzlosen Ausgaben gestrichen werden. Den Industrien wurde der Kredit gekürzt, 397.000 Angestellte wurden entlassen, die Steuern brutal erhöht und die Gewerkschaften mehr und mehr zerschlagen. Mit der Machtübernahme Schacht kam auch die von ihm lange geplante vollständige Privatisierung der deutschen Industrie. New Yorker und Londoner Finanzhaie und deren internationale Kartelle stürzten sich auf die Überreste der Kohle-, Stahl-, Eisen- und Chemieindustrie. Unter ihrer neuen, ausländischen Führung wurden diese Industrien dann für ihre unmenschliche Arbeitspolitik berüchtigt. Da jedes auch nur annähernd vernünftige Volk einer so unmenschlichen Politik aktiv widerstehen würde, suchte Schacht nach einer Instanz, die kaltblütig und brutal genug wäre, sie dennoch durchzusetzen. Die Unzulänglichkeit der damaligen Polizeikräfte für Schachtsziele konnte im Jahr 1933 überwunden werden, als sich die Kabale von London und Wall Street zusammentaten, um die NSDAP zu finanzieren und damit die Machtergreifung Hitlers zu ermöglichen. Europa wurde erneut in brutale Sparpolitik und Krieg gestürzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die sogenannte Lösung für den Wahnsinn der Hyperinflation hieß Hjalmar Horace Greeley Schacht. Schacht war zwar Deutscher von Geburt, doch nicht seiner Herkunft nach. Sein engster Kreis bestand ausschließlich aus Finanziers in Wall Street und London. So gehörten John Foster Dulles, J.P. Morgan, Averill Harriman und der Kopf der Bank von England, Montague Norman, zu seinen Vertrauten und Verbündeten. Ganz in deren Sinne katalysierte Schacht die weitere Demontage Deutschlands als Nationalstaat. Als neuer Reichswährungskommissar und baldiger Präsident der Reichsbank führte Schacht eine neue Währung ein, deren Wert festgesetzt war, die Rentenmark. Zu einem Kurs von einer Billion zu eins tauschten die Bürger ihr gesamtes Geld für eine Handvoll von Rentenmark ein. Schachtspolitik machte zwar der Hyperinflation ein Ende, doch nur indem sie eine schwerwiegende Hyperdeflation erzwang, die für die weitere Zahlungssicherheit der Versailler Reparationen sorgen sollte. Anstatt die ungeheuren Schulden mit wertlosem Papier zu bedienen, wollte man nun einer ohnehin schon ausgehungerten Bevölkerung die Reparationen direkt aus dem Fleische schneiden. Im Namen des Haushaltsausgleichs sollten alle sogenannten nutzlosen Ausgaben gestrichen werden. Den Industrien wurde der Kredit gekürzt, 397.000 Angestellte wurden entlassen, die Steuern brutal erhöht und die Gewerkschaften mehr und mehr zerschlagen. Mit der Machtübernahme Schacht kam auch die von ihm lange geplante vollständige Privatisierung der deutschen Industrie. New Yorker und Londoner Finanzhaie und deren internationale Kartelle stürzten sich auf die Überreste der Kohle, Stahl, Eisen und Chemieindustrie. Unter ihrer neuen, ausländischen Führung wurden diese Industrien dann für ihre unmenschliche Arbeitspolitik berüchtigt. Da jedes auch nur annähernd vernünftige Volk einer so unmenschlichen Politik aktiv widerstehen würde, suchte Schacht nach einer Instanz, die kaltblütig und brutal genug wäre, sie dennoch durchzusetzen. Die Unzulänglichkeit der damaligen Polizeikräfte für Schachtsziele konnte im Jahr 1933 überwunden werden, als sich die Kabale von London und Wall Street zusammentaten, um die NSDAP zu finanzieren und damit die Machtergreifung Hitlers zu ermöglichen. Europa wurde erneut in brutale Sparpolitik und Krieg gestürzt. Sparpolitik, 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 Sp Vielen Dank.